Hallo Sammlerfreunde, ich melde mich mal ganz kurz zu Wort. Wir hatten noch die Aktion, wo wir Masters und Zauber Sachen verkauft haben für ukrainische Kinder. Und da haben wir jetzt auch schon einiges gespendet und dann haben wir an Save the Children und noch ein paar andere Sachen. Und ich und meine Jäger haben da noch was aufgetrieben. Das Land der Dichter und Denker ist auch das Land der Autofahrer. Und da haben wir jetzt noch 200 Hot Wheels. Und dann habe ich mal hier ein bisschen beim Fundus geguckt und habe festgestellt, dass ich noch die ganzen Asterix Sachen habe. Und die Sachen sind ja de facto neuwertig. Die habe ich ja nur für die Sendung gebraucht. Und einiges haben schon meine ganzen Packen-Kits aussortiert. Ja, ich habe immer teilweise alles doppelt und dreifach. Aber wir haben noch sehr, 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 sehr viel da und das schicken wir gleich mit. In diesem Sinne, Sammlerfreunde, möchte ich mich noch mal ganz, ganz herzlich bei euch allen bedanken, die uns so kräftig unterstützt haben für die Wohltätigkeitsauktion. Und Leute, ihr habt da wirklich was ganz Gutes gemacht. Und an die Käufer an dieser Stelle noch einmal ein ganz, 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 ganz herzliches Dankeschön bei der Macht von Grace Carl und möge die Macht mit euch sein. Bei Autos, da kann man einfach nichts falsch machen.